Schöne Treffer Und da kriegen wir sie einfach wieder nicht Mensch Yo, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem komplett neuen Video Äh, Video Spiel YouTuber's Live kommt ja nicht mehr Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber das Update gefällt mir einfach nicht Punkt Aber lassen wir es dabei Dafür habe ich mir den Klassiker World of Warships mal rausgesucht und habe mir gedacht Vielleicht wird das hier ein Ersatz sonntags für euch, wenn ihr möchtet Ich kann ja auch mal zum Beispiel die South Carolina angucken Etwas größeres Schiff Aber wir springen heute mal eine Runde mit der Kohlberg Auf Warships Jetzt sind sie tausend Punkte vor dem gegnerischen Team Ich weiß nicht, muss ich jetzt mal gucken Ich würde jetzt erstmal mein Schiff hier begeben Vollspeed und wir nehmen mal die High Explosive Shells Und ja, die Grafik ist natürlich Guckt sich an, was soll ich dazu noch sagen Viel Glück und ruhig gesehen Hi Team Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier schreiben konnte Ich weiß nicht mehr, wie ich hier bin Ja, genau Hi Jun 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 Kommt irgendjemand mit? Natürlich nicht Dann ist es dumm Dann ist das dumm, wenn alle hier entfahren, sollten wir wieder mitziehen. Ich drossle jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit, damit wir einen kleineren Wenderadius haben. Aber eigentlich können wir da ausgehen. Shit happens. Da ist ergerat mich jetzt, dass wir den natürlich auch überlassen. Da hätte ich lieber... Oh, 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 da kommt der Pädojäger. Die haben keine Flugabwehr, wenn die auf uns zielen, sind die ja ziemlich blöd dran, wenn er gut zielen kann. Also hoffen wir einfach mal, dass er nicht so gut mit dem Torpedos ist. Das wäre sonst irgendwie blöd. Naja, schon wieder ein Terroranschlag in Frankreich. Was soll man dazu sagen, ne? Was soll's noch... achso, wir sind da. Ne, gut, das... Autopilot aktiviert. Wir können halt sehen, wir nicht. Er ist aber schon da. Er ist sogar fast getroffen. Ich bin ja, es sind da. Geht bei uns. Und wir haben den nicht eingebunden, im Rahmen. Ein Gegenteil. Geh mir nicht mal B ein. Wo ist das so lächerlich, ey? Boah, da ist die Wyoming. Und die haben keine Chance. Ich kriege doch schon was nicht weg. Ja, das passt. Ich weiß nicht, dass wir wirklich kurz sehen müssen. Torpedos aus Feuerbau! Und bloß? Ich sehe keine Torpedos. Wo treffen wir? Das sieht doch gar nicht anders aus. Ja, genau. Ja, ist okay. Das ist die Kräuter, die sind hier. Ich schreibe mich. Die Kräuter ist nicht ernst. Das ist die Kräuter. Das ist die Kräuter. Das ist die Kräuter. Das ist die Kräuter. Ich bin schon wieder von einem Ausflugzeug. Oh oh. Ein bisschen leicht abführen. Schöne Triffe. Das ist die Kräuter. Und da kriegen wir sie einfach wieder nicht. Nein. Wir haben aber auf einen Pisch. Wir haben nur noch auf einen Pisch. Aber so ist schon ein bisschen was kriegt. Aber nicht ganz scheiße. Ich glaube, die sind ein bisschen weit. Ich glaube, die sind ein bisschen weit. Jetzt dreht es auch. Das ist nicht einfach nur ein Knochen. Ich steck dir nur meine Kräuter. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Dritte Schiff. Das ist nicht wahr. Oh Gott. Wir haben einmal die Kräuter. Feuerlacht. Das war Platz hier noch. Wir müssen von mir an. Problem gelöst. Oh Gott. WIEDER! Mann, was ist assen. Treffen wir? Ja, ich freue mich. Wir treffen sogar. Wir haben halt mit uns schon. Oder? Mann, wir haben nicht. Komm, bitte. Treff. Ich hab 121 Zieltreffer. 4 Brandsäer. 3 Ausfälle. Warum ist das ein Witz? Ich hab 121 Zieltreffer. 4 Brandsäer. Warum ist das ein Witz? Kriegen wir halt einfach keinen Kill. Vielleicht ja in der nächsten Folge. Inwiefern würde ich sagen, war das gar nicht so schlecht. Ja. Das ist eigentlich der relativ langweilige Fall. Das ist eigentlich der relativ langweilige Fall. Das ist ein Stück der Schleppschild. Das ist so, dass er weiter kommt. Ich trinke einfach was in der Ausnahme professionell als Wack. Ich glaub, man hat auch mehr als professionellerin Menschen als Wack. Oder? Wenn ja, dann... Ach, wir haben heute Sonntag. Oh. Ups. Ich dachte, heute Samstag. Ups. Ups. So. Vielleicht mal runter. Es geht einfach schnell in die Fallung. Ach, wir sind sie gelben. Auf dem Hentapp, das wird schon Sonntag. Ups, Leute. Wir sind hier so weit. Wenn man das gehört, dann die Stimmen. Oh, wir kommen bis vor. Und erobern einfach den Bereich hier. Ist ja auch, ne? Dann haben wir alle Bereiche. Seht ihr, haben wir wenigstens noch was erobert heute. Ja, da haben wir ihn. World of Warships ist ein Free-to-Play-Spiel. Könnt ihr grade spielen, wenn ihr Bock habt. Wir haben 31.000 Schalen gemacht. Wirklich und nicht ein Schiff versenkt. Bitter, bitter. Na egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von World of Warships. Es tut mir sich so leid, dass das Dings erst Montag kam. Wirklich, sorry dafür. Aber, wir sehen uns dann. Ciao.